so ein gejaule von so einem lüfter das kann schon richtig nerven dabei müsste der lüfter im prinzip da gar nicht laufen wenn das gerät normal an ist im leerlauf also nicht schweißt man das gerät einstellt oder das gerät auf den nächsten einsatz wartet dann müsste im prinzip der lüfter nicht laufen da auch nicht die temperatur in dem gerät entsteht moderne schweißgeräte wie zum beispiel mein we 2030 p das hatten temperatur gesteuerten lüfter ist aber auch eine ganz andere preisklasse das heißt wenn ich mit dem gerät schweiße dann geht der lüfter erst an und so was wollen wir heute in unserem nidl multi schweißgerät nachrüsten dafür habe ich mir einen bi-metall schalter besorgt der bi-metall schalter wird in dem gerät an der richtigen stelle verbaut und sagt praktisch unserem lüfter hinterher jetzt ist temperatur im gerät jetzt musst du angehen und sagt dem lüfter dann auch wieder jetzt ist es wieder kühl du kannst wieder ausgehen das ist eine ganz einfache sache es gibt dazu schon über mehrere jahre die verschiedensten anleitungen im internet ich war da immer so ein bisschen skeptisch ich bin nicht der ganz große bastler wenn es um elektrik geht ich habe dann jetzt aber ein video gesehen von meinem youtube kollegen marvin metalwork und der hat das so detailliert erklärt darum werde ich das video auch unter dem video und am ende verlinken der hat das so schön erklärt habe ich gedacht an das kannst du dich auch ran trauen dann habe ich mir alles besorgt und heute will ich das lidl multi schweißgerät auf einen temperatur gesteuerten lüfter umrüsten und wer in irgendeiner form mit schweißen zu tun hat und ein gerät hat mit dem temperatur gesteuerten lüfter der weiß das ist ein absolut geniales feature die schweißen nähte werden dadurch nicht besser aber es ist wirklich toll wenn man wirklich anfängt zu schweißen dann dauert ein paar sekunden und dann geht der lüfter erst an ist wirklich eine schöne sache und das will ich heute mit dem lidl multi schweißgerät versuchen die erste frage sich dabei stellt ist natürlich was brauche ich genau für so einen umbau ich kann mir das ganze bei ebay oder bei konrad im elektrohandel oder dergleichen kaufen ich habe mich dafür entschieden weil ich nicht genau weiß welche komponente hundertprozentig die richtige ist dass ich mir das ganze als umrüst set bei weldinger kaufe da habe ich eine wärmeleitpaste ich habe einen schuh der hinterher mein bimetall aufnimmt dann habe ich ein isolier schlauch ich habe ein stück kabel dabei alles in so einem beutel da ist noch ein qr code drauf damit kann ich mir eine anleitung angucken das ist aber wirklich nur eine kurze textanleitung die die grundlagen vermittelt und damit kann ich das ganze umbauen und bin mir sicher dass ich auch wirklich die richtigen elemente habe das ist für mich als nicht elektriker deutlich einfacher der erste wichtige punkt ist natürlich jetzt den netzstecker zu ziehen das sollte klar sein wenn wir an einem elektrischen gerät arbeiten dann wollen wir das gerät öffnen dafür haben wir hinten an dieser schwarzen kunststoff abdeckung hinten und vorne an diesem rahmen haben wir verschiedene schrauben unten haben wir drei schrauben und im griff haben wir zwei schrauben die müssen wir alle los schrauben das sollte auch kein problem sein was man sich bewusst sein muss so wie ich dieses gerät öffne kriege ich probleme mit der gewährleistung das heißt von wegen ich brauche hinterher nicht ankommen ich habe hier versucht meinen lüfter umzubauen jetzt geht das und das nicht mehr jetzt gibt mir mal ein neues gerät beziehungsweise gibt mir mein geld zurück da wird jeder hersteller euch probleme machen beziehungsweise wird euch ein vogel zeigen gleichzeitig können in verschiedenen oder an verschiedenen bauteilen noch spannungen anlegen also man sollte da wirklich wissen was man macht sonst sollte man das ganze lassen wenn ich das gerät jetzt öffne dann habe ich an dem gerät noch ein erdungskabel da muss ich darauf achten dass ich das nicht abreißen sondern das ganze relativ vorsichtig öffnen und dann kann ich dieses erdungskabel hier hinten noch los schrauben das heißt ab jetzt arbeitet jeder für sich selbst verantwortlich ich habe hier mein kabel für den lüfter und da muss sich im prinzip dieses bimetall einbringen muss das dann so im gerät positionieren dass das ganze im gerät die wärme abgreift beziehungsweise die wärme misst wenn man sich so ein gerät anguckt hinten ist der lüfter der lüfter saugt die luft an hat dann einen kanal unten wo er die luft wirklich durchführt und dann geht die luft vorne wieder raus das heißt hinten wird kälte luft angesaugt vorne geht die warme luft wieder raus ich will als erstes diese komplette baugruppe hier entnehmen dass ich da wirklich vernünftig daran arbeiten kann dafür muss ich den anschluss für den minus und den pluspol ausbauen diese anschlüsse sind einfach flachmaterialien die aus aluminium bestehen also es ist auch sehr einfach vom aufbau her die kann ich einfach raus schrauben dann habe ich unten vier schrauben und dann kann ich diese ganze baugruppe mit den ganzen elementen mit den kühlkörpern mit den leistungsteilen mit der elektronik komplett entnehmen ich will mehrere geräte umbauen ich habe mich als erstes für das gerät entschieden weil das gerät vom aufbau her wirklich am einfachsten ist um das ganze umzubauen also da kommt man verhältnismäßig gut dran ich muss mich da erstmal so ein bisschen orientieren ich habe hier meine kühlkörper und auf dem einen kühlkörper sieht man da links da habe ich ein bauteil sitzen der greift im prinzip auch schon die wärme ab der ist für den überlastungsschutz zuständig daneben habe ich verschiedene bohrungen und da werde ich mein bimetall anbringen da muss man sich wirklich immer so ein bisschen gedanken machen mit zum prinzip jedes gerät hat den überlastungsschutz und da wird auch die temperatur gemessen wenn die temperatur in dem gehäuse zu warm wird dann wird das gerät abgeschaltet und ich will jetzt natürlich das gegenteil zusätzlich haben und ich habe das hier schon mal einmal provisorisch angebracht habe das ein bisschen ran gefummelt habe hier hinten mein kabel die kabel sind natürlich zu kurz die müssen wir gleich verlängern die müssen wir dann oben durchführen und das ist es im prinzip schon in diesem gerät also ist vom aufbau sehr einfach das rein fummeln macht natürlich so ein bisschen arbeit aber an sich ist das für einen versierten bastler wirklich sehr einfach zum verlängern habe ich hier 400 mm hitzebeständiges silikon kabel das habe ich einmal in der mitte getrennt und das löte ich jetzt an meinen bimetall schalter das heißt ich verbinde das ganze schön isoliere das ab und dann wird das gelötet hinterher kommt schrumpf schlauch drüber zu diesem bimetall der schaltet bei 35 grad ja das ist nur so eine temperatur die hat sich da in der form bewährt bei verschiedenen herstellern experimenten versuchen und wichtig ist auch der ist isoliert man sollte den immer isolieren auch mit schrumpf schlauch wiederum bevor man so was verbaut das darf nicht unisoliert sein an diesen kühlkörpern kann auch spannung anliegen das kann zu problemen führen dann geht der lüfter überhaupt nicht also wie gesagt vernünftig löten vernünftig die lötstelle hinter isolieren und der bimetall schalter der sollte auch in der form isoliert sein an die stelle wo das bimetall jetzt angebracht wird da kommt eine wärmeleitpaste drauf ich nehme ja einfach ein schraubendreher schöner wäre natürlich ein kleiner pinsel habe ich in der form nicht schraubendreher kann man hinterher einmal abwischen ist er wieder sauber das muss ich also dementsprechend vorbereiten und dann kann ich das ganze daran fummeln und das ist wirklich so die größte herausforderung dass ich das hier wirklich in irgendeiner form daran fummeln muss wenn ich andere geräte habe da muss ich das teilweise in der form auch irgendwo in sehr extremen positionen löten oder so das wäre zum beispiel für mich alles nichts das wäre zu viel des guten da hätte ich probleme oder hätte ich auch so ein bisschen die angst von wegen dass ich da irgendwas in irgendeiner form zerstöre das ist hier bei dem gerät wirklich sehr gut auf was man achten sollte ist natürlich die kabelführung wenn ich das kabel hier hinten durch die kühlkörper laufen lasse dann geht es natürlich direkt am lüfter vorbei der lüfter bläst die luft zwar rein trotzdem ist das ein bisschen ungünstig wenn das kabel da man irgendeiner form in den lüfter rein kommt oder so wäre natürlich sehr unglücklich darum führe ich das kabel hier durch und dann habe ich im prinzip schon die wichtigste sache gemacht dass ich halt diesen bimetall schalter hier angebracht habe dass ich das kabel verlängert habe ich kann die schraube noch mal wirklich nachdrehen dass das auch richtig fest ist dass es richtig guten kontakt ist und ich denke mal das ist so eine sache von wegen das sollte jeder der so ein bisschen basteln kann auch problemlos hinbekommen der nächste arbeitsschritt ist dann ganz einfach die baugruppe wieder zu montieren ich bin einmal so vorgegangen ich habe mir vorher sind auch verschiedene kabel die da angeschlossen sind ich habe mir vorher alles fotografiert das heißt ich kann wieder auf meine fotos gucken habe ich das wirklich richtig gemacht ich habe da immer rote schwarze kabel die greifen auch zum beispiel für den drahtvorschub vorne werte ab und dergleichen da sollte man wirklich immer darauf achten dass man das auch wieder richtig zusammenbaut das ist schon mal so diese absolute grundlage dass man die alu schienen wieder richtig positioniert ich öffne jetzt den schutzschlauch vom lüfter jetzt habe ich da zwei kabel drin schwarzes und rotes muss ich mich für eins entscheiden und es ist im prinzip egal ich entscheide mich ja einfach für das rote so die klassische james bond eine bombe entschärfen nehmen wir einfach das rote kabel ich isoliere alles ab kann jetzt das kabel von dem bimetall auch noch mal in der länge kürzen so eigentlich nur wie ich das brauche da kommen dann auch im vorfeld schon mal schrumpf schläuche drüber dass ich das hinterher auch wirklich isolieren kann und dann wird das ganze verlötet und jetzt habe ich mein bimetall zwischen den lüfter geschaltet und das heißt von wegen wenn das bimetall über 35 grad warm wird an wenn es an der stelle über 35 grad warm wird dann schaltet der lüfter ein wenn es wieder kühler wird schaltet der lüfter wieder ab die position habe ich im vorfeld fotografiert habe mich dabei zwei drei experten schlau gemacht die haben mir gesagt von wegen jawohl die stelle ist super ansonsten gibt es da natürlich auch die möglichkeit dass man da wirklich das gerät laufen lässt und mit einer wärmebildkamera misst wo am meisten temperatur entsteht und 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 aber wie gesagt da wo das gerät die temperatur abgreift um das gerät im notfall abzuschalten bei überlastung ist natürlich schon denke ich mal eine sehr sinnvolle stelle das ganze wird hier vernünftig mit kabel bin dann wieder fixiert dass die kabel dann nicht in irgendeiner form lose rum fliegen im gerät das ist natürlich auch ein wichtiger punkt dann kann ich das gerät wieder zusammen schrauben und jetzt ist es natürlich so dass ich gespannt bin wie ein kleines kind ob das ganze auch wirklich funktioniert jetzt schalte ich das gerät einfach mal ein jetzt müsste es natürlich ruhig bleiben der lüfter müsste aus bleiben jawohl der lüfter bleibt aus ist schon mal die erste sache die funktioniert absolut genial schön ruhig ich kann das gerät einstellen ich kann das gerät rüsten jetzt fange ich einfach an zu schweißen dabei sollte man beachten in meiner werkstatt sind vielleicht an dem tag hier 56 grad der tisch ist auch wirklich sehr kalt und ich schweiße hier jetzt mit 160 ampere ich habe unten nebenbei eine stoppuhr laufen dass man das wirklich auch sieht wenn jetzt nach einer minute immer noch nichts passiert dann sollte man sich gedanken machen ob da irgendwas passiert aber es ist natürlich auch von der umgebungstemperatur abhängig und jetzt sieht man hier ungefähr bei 30 sekunden ich habe das ganze mehrfach gemacht nachdem das gerät wieder lange ausgekühlt ist nach ungefähr 30 sekunden geht der lüfter ab also ist ein absolut geniales feature wenn das gerät jetzt einmal so ein bisschen temperatur hat dann geht es mit der zeit natürlich wieder aus und dann kann man wieder schweißen mit dem gerät und dann geht es natürlich deutlich schneller wieder an also absolut geniales feature macht unglaublich spaß ich habe noch ein neues projekt das ich mit dem gerät aufnehme und da ist es natürlich auch toll wenn man an dem gerät was erklärt wenn man irgendwas anderes macht läuft nicht im hintergrund der lüfter und es ist natürlich so es ist nicht keine sache die man haben muss ob es ein lüfter jetzt läuft oder nicht aber es ist eine sache die einfach toll ist und die einfach spaß macht und das ganze für so kleines geld wie gesagt wer sowas umbaut bitte immer darauf achten ob ihr euch das wirklich zutraut ihr seht ich bin kein elektriker ich habe das auch problemlos hingekriegt ich kann aber keine gewährleistung dafür übernehmen wenn leute das falsch umsetzen guckt euch das video von marvin an marvin metalwork der hat das wirklich toll erklärt in so kleinen details und schritten ich denke mal da kann das fast jeder nachmachen ich wünsche euch viel spaß beim schweißen diesen umrüst kit verlinke ich hier unter natürlich ansonsten noch ein paar andere sachen zum schweißen guckt euch das immer gerne an in der beschreibung bis dann und das video natürlich auch bis dann und viel spaß beim schweißen euer manny